hallo meine lieben freunde und zwar wir spielen hier heute so ein bienenfangspiel ich weiß auch nicht ganz genau was ist ich hab gerade auf der sitze schon mal so einen dropper geholt und okay hier können wir uns das geld holen cash wir lieben cash okay ich würde sagen okay dann holen wir einfach mal das und guck mal was macht macht einfach gar nichts du musst arbeiten arbeiten jetzt okay okay ich bin ruhig alles gut alles gut du musst nichts machen ja so dann hier da kauf erst mal einen boden und da hinten können wir was für 30 kaufen ich würde sagen das machen wir auch direkt erst mal die ganzen günstigen sachen holen können wir irgendwo hoch oder ob sie bienenwaben packen erstmal die riesigen sachen weg nicht dass die bienen noch denken dass wir irgendwas böses vorhaben okay wollen wir erst mal das upgrade kaufen für 80 ich glaube das klügste oder nee wir sind nicht klug wir kaufen einen schönen baum okay jetzt aber 40 41 43 warum geht es nicht weiter okay man muss immer wieder drauf laufen so guck mal sag mal was für spiele wollt ihr eigentlich gerne sehen und soll ich die spiele anfangen immer unten in den kommentaren zu verlinken wie findet ihr das genau und ich würde mir übrigens auch super duper über ein abo freuen wenn ihr ein kleines abo dann lassen würde jetzt einmal ganz kurz unten auf den abo knopf drückt es wird mich super duper duper freuen das wäre mega mega nett von euch vielen vielen lieben dank für mal so dann einmal hier das upgrade kaufen was machen wir draus hä komm wir verkaufen uns mal wir können uns nicht verkaufen ein bisschen müssen wir noch sparen aber dann holen wir würde ich sagen wir mal die iron dropper ok können hier können wir auch wieder mal oh playstation ach das ist wahrscheinlich dann wenn wir später hier wände haben und was haben wir hier hier wird eine mine oh ok 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 ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt ich bin gespannt Gucken wir mal hier sogar so Kommazahlen, Null. Oh, es geht um einige schneller. Mega Dropper. Ich würde sagen, ah nein, 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 die holen wir nicht. Dann holen wir lieber hier noch mal einen Iron Dropper. Ich habe gerade schon gedacht, so Mega Dropper. Die hört sich so mega an. Okay, wir brauchen uns hier erstmal noch einen Zaun. Oh, eine Tür brauchen wir nicht, die ist auch ganz schön teuer. Teuer. Okay, ich würde sagen, wir laufen mal los und gucken mal, was es hier noch so gibt. Weil ich glaube, man kann die Bienen da hinten sich ein wenig schnappen. Aber ich glaube, wir müssen ganz heimlich sein. Und Angriff. Juhu, wir haben Bienen gefangen. Oh man, ist das cool. Lass uns mal hochgehen und mal gucken. Das ist ja wahrscheinlich für den Honig, um den Honig abzuschneiden. Oh, okay, okay. So, was können wir hier machen? Ah, ich glaube, hier können wir einfach die Bienen verkaufen. Next. Uh, hier können wir uns Bienen kaufen. Ach, die bringen uns was. Oh, wie cool. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bienen fangen. Okay, okay. Ja, das ist VIP. Nee, 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 da können wir nicht hin. Dann würde ich sagen, gehen wir erst mal. Oh mein Gott, guck mal, wie ein cooles Haus der hat. Ich bin so neidisch. Der hat einfach ganz viele Etagen. Egal, wir schnappen uns da vorne ganz schnell die Biene. Und dass es jemand mitkriegt. Okay. Wie kann ich sie hin? Und zack, haben wir dich. Wir haben die Biene mitgenommen. Können wir hier denn? Ich verstehe nicht so ganz, wie die Karte ist. Aber okay. Da vorne ist das unser Haus. Ich weiß nicht mehr, was unser Haus ist. Oh, ich will nicht mehr zurück. Okay, ich denke mal, aber das wird unser Haus sein. Einfach mal. Wir müssten jetzt so viel Geld haben. 283. Okay, 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 okay. So, jetzt hier den Mega-Upgrade. Oh, das kostet auch schon wieder Geld. Die wollen Robux haben. Aber ich möchte keine Robux ausgeben. Dann kaufen wir einfach mal hier hinten die Leiter. Okay, und die Plattform? Dann kaufen wir erstmal. Okay. Das ist auch wieder ganz schön teuer. So eine Farm kann man sich holen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Und gucken mal, was wir da oben cooles kriegen. Weil irgendwie müssen wir hier mal ein bisschen an Geld kommen. Wir wollen doch hier auch so ein super cooles Haus haben. Okay, da ist es gar nicht mal so teuer. Ein paar Leitetreppen. Auch nochmal eine schöne Pflanze. Nochmal ein paar Treppen. Und dann... Ah, okay, guck mal. Hier. Bei Upgrader. Oh, das ist schon wieder alles ganz schön teuer. Silver Dropper. 240. Aber das können wir uns auch nicht leisten. Kommen wir uns erstmal ein Zaun. Okay. Ich würde sagen, bei Plattformen. Wir kaufen uns mal noch eine Plattform. Wir holen uns erstmal hier oben. Einmal ein paar Stühle holen. Können wir nicht. Wir sind für alles zu platt. Können wir hier runterspringen? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann nehmen wir einfach das hier mit. Das müsste schneller gehen. Geh schneller. Arbeitet Maschinen. Okay. Sobald wir das dann haben, würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell hoch. Ich glaube, 240 waren das, die wir brauchen, oder? Wisst ihr das noch? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich bin einfach mal 280 oder so mit. Ich denke mal, das dürfte reichen. Okay, let's go. Wir warten noch ein wenig. Und ja, ich denke mal, ich hoffe mal. Ich hoffe, das reicht. Aber zur Null. Können wir ja nochmal schnell runtergehen? Wir brauchen ja auch erstmal nur einen Dropper. Und ich glaube, der bringt dann auch die ganzen Sachen nach unten. Und dann kriegen wir auch nochmal ein bisschen mehr Geld unten. Okay, Upgrade. Nein, nein. 240. Okay. Und er bohrt einfach hier die Plattform. Hello. Guck mal, ich wirfte das da runter. Dann kommt es unten an. Und dann fährt es unten rein. Sehr gut. Gut. Okay. 400, 500 oder 800 brauchen wir. Oh, das ist schon wieder so viel. Aber das Gute ist, während... Guck mal, 3000. Oh mein Gott. Was ist das da unten? Ah, genau. Das sind die Holzdinger weg. 4.500. Wollen wir einfach mal auf die 4.500 sparen? Dann können wir uns das hier unten angucken. Obwohl wir... Ah, das ist schon wieder so eine schwere Entscheidung. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein paar Bienen. Da vorne ist wieder einer. Wir müssen ganz ruhig sein. Dann kriegt sie nichts mit. Hallo, Herr Biene. Schönen guten Tag. Nein, hätten wir die Biene geklaut. Oh nein. Oh Mann. Oh, und ich wollte mich hier anschleißen. Das soll ich ganz gleich so machen. Und dann kommt der einfach und klappt mir meine Biene. Aber hallo, Mr. Biene. Da sind wir. Wir kommen. Schönen guten Tag. Keine Angst. Was war das? Oh nein. Hört auf. Wir sind unten auf den Bienen-Shop geklickt. Jetzt sind wir ganz wieder zurück. Oh je. Aber hier vorne sehe ich eine Biene. Komm her, du kleine Biene. Oh Mann. Er schnappt mir alles weg. Ich werde so niemals Bienen kriegen. Ach Mann. Okay. Ich würde sagen, dann spezialisieren wir uns erstmal auf was anderes. Mann. Das ist jetzt echt ärgerlich. Wir müssen warten, bis er weg ist. Und dann können wir uns alle Bienen holen. Ich glaube, wir haben sogar die eine Biene gerade nicht mal bekommen. Wir haben unglaublich direkt auf den Bienen-Shop geklickt. Warum passiert mir sowas immer? Okay, let's go. Wir haben jetzt fast 600. 600 Gold. Oh mein Gott. Okay. Let's go. Wir gehen hoch und holen uns mal den anderen. Ich würde mal sagen, danach gucken wir nochmal nach den Bienen. Vielleicht ist er ja schon ein bisschen weg. Aber jetzt fehlt uns hier drei für den. Hm. Egal. Wir holen uns erstmal den Gold Dropper. Ich hoffe, dass es damit auch schon schneller geht. Mach Gold. Mach Gold. Mach Gold. Da muss ich jetzt hier schon rumfliegen. Handarbeit. Da muss man sich selber rüber. Da muss man sich selber rüber. Da kann man sich auf die Maschinen schon gar nicht mehr verlassen. Muss man schon gucken, dass hier auch das ganze Eisen auch wirklich eingeschmolzen wird. Okay. 507. 519. 537. 540. 545. Ich habe mich gerade an wie so ein Versteigerer. Und 540 zum Ersten. 555 zum Zweiten. Und 555 zum Dritten. Und, äh, genau. Verkauft. Kennst du die, die immer so schnell dann irgendwas verkaufen, dass man schon gar nicht mehr hört? Da gibt es so, äh, ganz viele, ganz viele. Uh, guck mal, wie cool das aussieht. Das ist, uh, das ist, das ist, glaube ich, auch sehr cool zu droppern. Nimm mich mit runter. Das will ich nicht. Okay. Wir gucken erstmal direkt, was uns das an Gelb bringt. Uh, jetzt geht es schnell. Jetzt geht es schnell. Okay. Ich würde sagen, ach, der Mann ist immer noch da. Uh, ich glaube, da vorne ist einer. Du willst leise sein. Du willst ganz, ganz leise sein. Und dann sieht er uns nicht. Und sieht unsere Bienen nicht. Und dann fangen wir uns die ein. Guck mal, hier sind drei Stück. Dann fangen wir uns die ein. Und wenn wir uns die eingefangen haben, dann können wir uns schneller machen. Und dann kriegt er unsere Bienen nicht. Das ist doch eine gute Idee, oder? Wir machen uns einfach so schnell, dass er unsere Bienen nicht kriegt. Aber wir müssen ein bisschen leise sein. Ich habe Angst, dass er uns sieht. Oder er hört. Und uns dann alle Bienen wegschnappt. Okay, sieben haben wir schon mal. Ich glaube, ab zehn konnte man die erste Sache kaufen. Hallo, Mr. Biene. Keine Angst. Ich entfülle dich nicht. Ich bringe dich nur in ein neues Zuhause. Okay. Ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich die 1500 haben. Dann können wir mal direkt unten reingehen. Und uns unten das mal alles angucken. Uh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Uh, das wird sehr gut. Das wird sehr gut. Ähm. Ja, wir gehen einfach mal da vorne hin noch die eine Biene holen. Oh, ich hoffe, dass die zwei bringt. Oh, kann man wohl auch Haus von... Aber ich glaube nicht. Ich habe mir überlegt, ob man wohl noch so ein Grundstück von jemand anders mitnehmen kann. Okay, wir holen uns noch ganz schön die Liederne Biene und dann gehen wir aber zurück. Und dann werden wir, äh, alles aufrüsten. Das wird unser sein. Wir werden ein Haus aus puren Diamanten und, äh, riesige Bienen am Meer haben. Guck mal, die bringen richtig viele. Drei Bienen hat mir das gebracht. Uns. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin so ein Egoist. Nein, Spaß. So, let's go. Wir gehen zurück zu unserer Base. Ähm. Und gucken mal, ob wir, was wir, beziehungsweise nicht ob, sondern was wir da machen können. Guck mal, man kann hier... Sehe ich das gerade richtig? Ich dachte gerade, man kann hier noch von jemand anderem das Band nehmen. Das wäre total witzig, dass man sich einfach noch ein zweites Haus baut. Okay. Dann. Oh, mein Gott. Oh, und wie viel Geld wir haben? 1.800. Okay, let's go. Wir machen 4.500. Oh, das ist aber echt teuer. Die lassen sich aber gut bezahlen. Okay. Ähm. Hier unten 3.000 für die Dings. Wir gehen mal hoch und gucken mal, ob wir oben noch machen können. Ach, Mann. So. Oh. Okay. Wir gucken mal, ob wir links hatten. Wir, glaube ich, alles fertig, oder? bei Upgrader. Bei Upgrader. Bei Upgrader. Ah, guck mal. Der macht dann noch mal so ein bisschen besseres Metall draus. Ähm. Wir gehen mal hier rüber und holen hier einfach auch mal jedes Upgrade. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Guck mal, hier haben wir ein richtig schöner Launch. Und zack. Und zack. Und das nehmen wir auch noch mit. Ich will ein Piano kaufen. Alles kostet 1.000. Oh je. Wir kaufen kein Piano. So. Dann kaufen wir hier die nächste Plattform. Und zack. Und zack. Und zack. Wir kaufen einfach alles. Super reich. Ich glaube, so wäre es, wenn ich mal reich wäre. Okay. Hier können wir dann erstmal runtergehen Gold holen. Komm her. Ja, du hast nämlich gerade eben auch meine Bienen geklaut. Und jetzt versucht ihr hier zu gucken, was ich hier mache, ne? Ja, hätten wir aber direkt mal in die Flucht geschlagen. Okay. Wir kaufen einfach oben nochmal alles fertig, dass wir hier eine richtig schöne Bude haben. Richtig schön gemütlich und koschlich und süß. Das brauchen wir. Let's go. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, wofür ich die Karte habe. Guck mal, hier haben wir noch jemand so eine Karte. Oder ist es, um zu bezahlen, dass das alles auf meinem Bankkonto ist? Oh, dann wird direkt bezahlt. Wie die Robux. Wie wenn ich meine Robux hole? Dann auch mit der Karte, ganz schnell. Zack, 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 zack. Nein. Hä, was soll ich denn da machen? Okay, wir kaufen hier auch einfach nochmal alles, weil ihr wisst ja, wir lieben Luxus. Ach so komme ich da rüber. Bei Water 1500? Okay, das ist alles ganz schön teuer. Wir müssen auf jeden Fall nochmal runtergehen, ein bisschen Geld abholen. Entschuldigung, wir bräuchten ein wenig Geld. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wir gehen wieder, wir gehen wieder. Okay. So, wir gehen jetzt hier mal schnell hoch. Und hier links kommt mir glaube ich nichts mehr. Wir können nur noch hier hoch. Na, guck mal, dann holen wir das hier. Verwenden, dann noch dies und das und dies. Einfach schon gar nicht mehr lesen, was man kauft. Einfach nur kaufen. Einfach eine schicke Bude machen. Und da brauchen wir hier nochmal, ne? Geld. Okay. Das ist jetzt wirklich alles nur optisch. Also ich glaube, mehr Geld kann man nicht rausfüllen groß. Außer unten halt. Wir müssten eigentlich mal sparen, dass wir da unten reinkommen. Ich würde aber sagen, wir machen einfach nochmal eine Folge, oder? Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, auch zwei Folgen von dem Ding gemacht. Ja, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ihr wisst es bestimmt noch, ihr wisst es bestimmt noch. So, let's go. Einfach erstmal hoch. Und mal hier den Rest kaufen. So, und rein. Und dann gehst du erstmal hier rüber. Wir kaufen nämlich erstmal hier einen Teppich und eine Garderobe. Was machen wir hier? Hier machen wir ein Kinderzimmer. Und ein Schlafzimmer. Oha. Was für ein Riesenfernseher. Ich will auch schon einen Riesenfernseher haben. Oh mein Gott, ist der cool. Okay, der ist echt richtig cool. So, let's go. Was haben wir hier? Oh, nochmal. Aber guck mal, hier ist nur ein ganz normales schönes Bett. Will ich uns mal schlafen? Nein, natürlich nicht. So. Aber das heißt, wir haben... Oh, wo bist du hier? Oh nein, jetzt 75 Gold. Okay. Wir gehen noch einmal runter und dann haben wir das fertig. Dann haben wir einfach unsere komplette Bude fertig. Dann haben wir ein super duper großes Haus. Oh, ich bin aber schon ziemlich neidisch auf mich. So. Das können nicht viele behaupten. So ein riesiges Haus zu haben. Okay. So, dann nehmen wir das mal mit. Ich überlege. Die Farbe ist wahrscheinlich auch... Guck mal, hier geht du mal rein. Alles muss man hier selber machen. Alles muss man hier selber machen. Nein, natürlich nicht. Haben wir doch alles mal alleine. Wir machen ja nichts außer Bienen fangen. So, guck mal. 2000. Aber die 2000 brauchen wir nicht. Komm, der Garten. Wollen wir uns vielleicht mal... Ich glaube, wir machen das einfach so, dass wir das Haus so schnell fertig kaufen. Und den Garten und den Keller einfach in der nächsten Folge machen. Ich denke mal, das ist richtig gut. Dann mache ich die auch jetzt relativ direkt. Und dann lade ich die morgen oder übermorgen nochmal hoch. So, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr noch den Rest hiervon sehen möchtet. Ob ihr das auch nochmal machen solltet. Oder ob wir das einfach so lassen sollen. So, let's go. Wir holen das hier noch einmal. Oh, ein richtig nice Bad. Guck mal, jetzt haben wir hier ein Bad. Hier haben wir ein Bücherbibliothek. Okay, dann gehen wir einmal hier raus. Oh, was haben wir hier? Genau, hier haben wir das Gästeschlafzimmer. Und natürlich unser Riesenschlafzimmer. Mit so einem riesigen Fernseher. Uh, das macht richtig Spaß. Da kann man richtig gut drauf Roblox gucken. Okay. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal kurz runter. Und sagen wir ein bisschen Geld an und beenden dann die Folge, oder? So, nehmen wir mal mit. Gehen wir mal hier zu dem... Zum Bienenshop. Weil hier ist ja der Bienenmann. Bienenmann, hallo. Ich würde noch gerne schon einmal was kaufen. Next. Okay, Jump. Speed. Jump. Speed. Okay. Ich würde sagen, wir holen noch einmal hier den Speed. Hä, wo ist... Wo bist du, Biene? Ah, okay. A Crypt. Wuhu, wir sind um eins schneller. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir dann erstmal so. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich würde sagen, das war einfach das Riesenbienenhaus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao.